Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Dienstag, dem 6. September 2022. Ja, heute mit dem richtigen Datum. Ihr hört die Geek Talk Daily 1243. Heute habe ich die folgenden Themen für euch. Matter, Acer, Yale, Pornhub, Neo, Flick und AVM. Und das ist meine zweite Aufnahme. Bin mal gespannt, ob diejenige auch wieder so lang, respektive kurz wird wie die letzte. Man müsste noch das Mikrofon richtig einschalten. Genau. Also, wir starten mit Matter. Ja, ich habe im Geek Talk, dem News-Format, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist das Mutter-Format von diesem wöchentliches News-Format, gesagt, dass ich nicht mehr über Matter sprechen werde, bis es wirklich hier ist. Ja, hier in der Daily werde ich das natürlich tun, weil es gibt noch Dinge, die zu erzählen sind. Die CSA, die Connectivity Standard Alliance, hat an der IFA bekannt gegeben, welche Kategorien das zum Start mit dabei sind. Das sind Beleuchtungen, Bridges, Fensterabdeckung, Fernsehgeräte, Heizung, Lüft- und Klimatechnik, Sensoren, Türschlösser und Ventilatorensteuerungen mit dabei. Wem das zu wenig ist, wie mir, der darf warten auf das zweite Release. Da sollen weitere Kategorien dazukommen. Was und welche das sind, das könnt ihr nachlesen. In daily.kiktok.ch, auf eurem Browser, im Podcast für eures Vertrauens oder sonst irgendwo, wo unsere Shownotes abgebildet sind, könnt ihr den Link erhaschen und da mal reinlesen. Ja, dieses, wir machen einen auf grün und nachhaltig, hat Apple angestossen. Die betreiben das auch richtig heftig und das treibt andere Hersteller auch an. Somit auch in diesem Fall wieder Acer. Neben dem, dass sie schon sehr sinnvolle Verpackungen haben, machen sie jetzt mit dem Acer Chromebook Vero 514 ein nachhaltiges Chromebook. Was kann man damit tun? Es soll einfach möglich sein, es unten aufzuschreiben, neue Batterie reinzutun, Dinge aufzumotzen wie RAM etc. Und auch sonst hat es einiges an Technik mit drin. Kommt ab November 2022 für ungefähr 600 Währungseinheiten auf den Markt. Also wenn schon ein Chromebook und alles in der Cloud erledigen, dann mit diesem Gerät, weil nachhaltig. Wie gesagt, gibt es auch bei anderen Herstellern, nicht bei Chromebooks, glaube ich, aber schaut es euch an. Yale hat bekannt gegeben, dass sie zwei Produkte neu auch nach Europa bringen werden, ab ca. Oktober dieses Jahres. Yale ist ein Smart Home Hersteller und die haben so ein kleines Gerät, mit dem man normale Möbel dicht machen kann. Nicht dicht im Sinn von, ihr kippt Wasser rein und es tropft nicht mehr raus, sondern dicht machen, dass keine Fremden reinkommen, ausser sie haben ein Brecheisen, logischerweise. So ein kleines Plastikteil, was man da zusammenschraubt und zusammenhält, was man über eine App ansteuern kann und öffnen kann, ist gleichzeitig auch HomeKit fähig. Somit kann man es dann auch mit Siri öffnen oder über die App, über HomeKit, über die Home-App deines Vertrauens. Und zusätzlich stellen sie, das ist zum Nachrüsten, auch einen richtigen Safe vor. Da, wie man ihn kennt, mit Zahlenschloss, das man oben drauf tippen kann oder vorne an der Tür zum Öffnen, die aber auch Bluetooth-kompatibel ist und somit dann eben über HomeKit angesteuert werden kann. Wer da zu viel mal den falschen Code eingibt, für den verschliesst sich der Tresor einfach eine gewisse Zeit lang. Aber eben, man kann ihn auch von extern ansteuern. Finde ich praktisch, muss ich mir anschauen. Da kann man gut Backups aufbewahren. Weiter geht's mit Instagram. Und ja, wie soll ich sagen, Mark Zuckerberg mit seiner Firma Facebook Mita, wie sie auch immer heissen im Hintergrund, möchte einen besseren Anstrich haben. Denn man hat jetzt Pornhub von Instagram befreit. Äh, doch, so rum. Also einfach Pornhub rausgeschmissen, deren Account gesperrt und sie rausgeworfen. Warum tut man das? Ende 2020 gab es grössere Skandale rund um Minderjährige. Und ja, das soll, darf nicht sein, etc. Aber sind wir mal ehrlich, dieses Internet ist leider voll davon. Und das, was wir im Pornhub sehen, ist wahrscheinlich nur, äh, nicht wahrscheinlich, ist die Spitze des Eisbergs. Das richtig Unschöne bekommen wir gar nicht zu Gesicht. Was auch besser ist, aber es gibt's leider. Ähm, ja, was macht jetzt zwei Jahre später Instagram? Irgendwann schmeisst sie es halt einfach mal Pornhub raus. Auch wenn die gar keine Inhalte, nicht mal wegen, keine Kinder und keine Erwachsenen, oder nicht wirklich verwerfliche Inhalte drauf hatten. Also sie sind gegen keine Richtlinie verstossen. Aber Zuckerberg will sich da wahrscheinlich irgendwie irgendwo ein bisschen besser stellen, als sie sind. Weiter geht es mit Nio. Das ist ein Elektroautohersteller aus China. Die machen nicht nur Autos, ich glaube sogar auch Roller und solche Geschichten. Und die haben ihre erste Brille vorgestellt. Weiter Hardware, das Nio RR Glass. Das ist eine Brille, die ihr als Beifahrer oder Hinten drin Fahrender nutzen könnt, um Filme, Serien oder sonstige Inhalte zu konsumieren. Ohne dass eben der Fahrer gestört wird, der das auf dem Tablet irgendwie mitbekommt. Und dann, äh, ihr wisst ja, sollte nicht sein. Finde ich ganz spannend, finde ich interessant. Nio selbst hat, wenn es mir richtig ist, auf Anfang Oktober eingeladen nach Berlin. Ich bin mal gespannt, ob ich neben dem Auto und Dinge, die man vielleicht zeigen wird, und ich darf, glaube ich, gar noch nicht darüber sprechen. Genau, werden sie vielleicht, hoffentlich würde ich mich freuen, auch die Brille zeigen. Ich würde mich ja freuen und gerne testen. Dann kommen wir nochmals zurück zu Matter mit zwei Themen. Zum einen Flick, das Kickstarter-Projekt, das es schon seit vielen Jahren gibt und auch mittlerweile neue Produkte gibt. Das ist so ein kleiner Knopf, den kann man drücken und dann passieren lustige Dinge, die man vorher einprogrammiert hat. Auch praktische Dinge oder was auch immer. Auf jeden Fall, die werden HomeKit-kompatibel. Wenn man einen Flick hat, einen Hub LR oder einen Hub Mini hat, dann, so wie auch mit den neuen Flicks, kann man auch Matter angesteuert werden. Finde ich praktisch. Ich würde mir wahrscheinlich in dem Fall eher die Dinger von Ikea kaufen. Die sind irgendwie 30 Mal günstiger oder noch mehr. Oder keine Ahnung, auf jeden Fall deutlich günstiger. Ich muss mal checken, ob die Matter-kompatibel werden. Aber ich könnte es mir vorstellen. Zu guter Letzt gibt es noch Neuigkeiten unter der Hand. Denn vor über zwei Jahren habe ich mal bei Auf einmal nachgefragt, ob man auch in dieses Matter-Protokoll mit reingehen möchte. Weil man hat da auch Smart-Home-Geschichten. Da hat man das Ganze noch verneint. Aber jetzt ist es anscheinend vielleicht doch soweit. Zumindest bei Heise hat man mitbekommen, während der IFA, dass an solch einer Lösung gearbeitet wird. Erste Laborversionen sollten wahrscheinlich im Frühjahr 2023 erscheinen und dann irgendwann vielleicht Ende Jahr oder noch später dann in die richtigen Versionen kommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es soweit kommt. So, das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ein bisschen länger gebraucht, aber passt. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Start in den Tag. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.